Mit diesem Video wollen wir den OER Canvas vorstellen und hoffen, wir können damit die Erstellung von offenen Bildungsressourcen unterstützen. Wir haben versucht, die wesentlichen Eckpfeiler herauszuarbeiten und übersichtlich auf einem Blatt Papier darzustellen. Das gesamte Blatt steht zum freien Download unter einer offenen Lizenz zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht die Lernressource an sich. Wir unterscheiden zuerst nach dem Typ, also welcher Art soll das geplante Lernobjekt sein. Ein Lehrbuch, eine Animation, ein Arbeitsblatt oder gar ein ganzer Onlinekurs. Danach sollte die Zielgruppe definiert werden, wen will man damit also erreichen. Im nächsten Schritt geht es um die eigentlichen Lernziele. Und man sollte beschreiben, welches Vorwissen vorausgesetzt wird. Danach ist angedacht, dass man die Lernressource grob beschreibt, eventuell Skizzen anfertigt und sich Notizen macht, was diese alles beinhalten sollte. Es gibt vielleicht mehrere Bestandteile, damit man die Ressource erstellen kann. Andere Bilder, Sequenzen oder eigene Sounddateien etc. Dies kann man in der Tabelle notieren und auch, wenn man Unterstützung braucht. Dann wird die Lizenz für das Objekt noch festgelegt und wie korrekt attribuiert werden soll. Und weil wir aus Erfahrung wissen, dass immer wieder kleine Dinge übersehen werden, gibt es rechts eine Spalte zu Nicht vergessen. Einfach durchlesen und schauen, ob noch etwas ergänzt werden sollte. Nachdem dies alles überlegt wurde, sind wir sicher, dass sie gut vorbereitet in ihr OER-Projekt gehen. Wir wünschen gutes Gelingen.